Ich erinnere diesen einen. Wo ist sie denn? Wer gibt dich zum Dach? Okay. Shit. Wollen du Lose kaufen? Nein, 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 bitte nicht. Du hast nicht wo zu gehen, Tanja! Das ist wo du falsch bist, sweetie. Geh nach. Ich bin gerade hinter dir. Schlampe, bleib stehen. Ja, wir kommen bei Prototype 2, ne? Ja, ne, eigentlich hat er 3, oder? Ne, ne, Prototype 2 hat fast genau solche Missionen. Echt? Ja. Musst du auch strippen? Also, ne, strippen nicht, aber tanzen. Ja, darum ging's. Nicht um die Missionen hier. Da muss ich ja das Spiel noch mal spielen, oder überhaupt mal spielen, hab ich noch gar nicht gemacht. Es ging mir jetzt auch nicht um diese Verfolgungsjagd, sondern wirklich um so strippen. Ja, hab ich mir gedacht. Kennst mich ja, ne? Ja, ne, wenn er nun ist. Ich wünschte, ich war nicht, aber ja, ich bin hier. Hallo, ich hab den Schringtonger jetzt an, ja? Na ja, froh durch. Da kann ich ja auch nix für. Aber war stark. Boah. Ja, einmal im Jahr muss es auch mal sein, oder? Einmal im Jahr, Junge, äh. Anderthalbjahre, maximal. Drei Jahre mal. Vielleicht. Dankeschön. Bitteschön. Immer wieder gerne. Bin ich schon wieder so doof, wenn er Luft trocken? Jetzt gibts auf die Fresse für dich. Geheizig immer. Hallo. Was soll denn das? Oh, Mann. Immer wer die Schuld eingefroren. Geben keinen Schaden. Halt die auch nochmal ab. Nicht abfahren, bitte. Halt die auch wieder ab? Wahrscheinlich. Ach, nicht weg springen, ich wollte grad ne Attacke machen. Attacke. 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 Und ich hasse es, weil es meint, wenn irgendwer auf das Spiel verlässt. Ich hasse das. Warum ist das heute passiert? Ja, vorhin. Schweine. Krankwiss gespielt und dann hat wieder irgendwer gelieft. Ich hab danach auch nochmal ein Spiel gemacht. Echt und? Und? Ich hab drei Kills gemacht. Keine Assists? Doch, neun. Und wie viele Tode? Äh, zwei. Ja, ich hab bei 80 aufgehört zu zählen. War aber auch nicht mehr mit Neath, war mit... Wem waren das? Weiß ich gar nicht mehr. Auch Bogenschütze. Artemis? Ja. Wat? Artemis? Artemis, ja. Ich glaub schon. Sag mal, können wir die auch immer mal angreifen? Oder ist die einfach nur so im Fluchtmodus? Nein. Wir rennen der jetzt einfach drei Stunden hinterher. Okay. Na, wenn das so ist. Gibt die hier hoch? Oh. Huiiii. Nein. Verdammt. Abbekämpft. Doch. Was? Oh. Alter, das find ich ist ne blöde Mission irgendwie. Ich darf nicht kämpfen. Oh, Alter. Man kann sie nicht töten. Jetzt. Bist du? Oh, sorry. Tschüss. Dafür hab ich sie jetzt weggekickt, oder? Das hat mein Glück. Was machst du? Sie ist in der Parking. Das ist ja auch leicht sadistisch, oder? Den Körper untersuchen? Ja. Kommt immer drauf an, wie man den untersucht. Leichenschändung? Das ist dann schon, ja. Äh. Huiiii. Ich bin runtergefallen. Bei mir ist da nicht. Ah. Ja, auch nicht. Krasser Typ. Schäm dich, Ben. Und die leicht rutscht einfach weg. Ja, so. Die ist weggeschrungen. Die ist weggeschrungen. Die ist weggeschrungen. Die hat noch gelegt. Ja, sie hat noch gelegt. Gut. Eine letzte Sache. Oh, Smyce. Was ist jetzt vorbei? Queen. Was war's? Was ist denn Queen? Was ist für eine gescheuerte Mission? Ja, das war wirklich... Creme de la Creme, die du spielst. Na. Verfolgt die mal einfach. Und wenn du gegen sie kämpfst, kannst du sie nicht töten, weil es gibt drei Phasen. Superbegleiter, Ben King. Guck dir an, wie der aussieht. Wie Morpheus. In Weiß. Tanja als Begleiter. Natürlich. Wir haben sie umgedreht. So sieht's nämlich aus. Ja, das war doch mit diesem komischen DJ auch schon. Ja. Oh, Benjamin. Zensiert. King. Ja. Hab ich auch. Juhu. So. Ja. Jetzt könnten wir... Hauptmission machen. Folge Piers Plan oder Hauptmission? Hauptmission. 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 Okay. Hauptmission. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Waschtag und so ne? Bei ihm vielleicht auch. Ne, der hat keinen Waschtag, der wäscht sich nicht. Ja, du doch auch nicht. Du hast ja nur deine Klamotten gewaschen. Hallo, das ist schon waschen. Ach du steckst dich einfach mit in die Waschmaschine. Ja, so ungefähr. Klingt gut, mach ja auch immer. Dann lasst du dich immer so schwindelig. Schwindelig? Ich weiß nicht warum. Ich finde es immer gut, wenn man sich gleich mitwäscht. Jaja, spart man auch Geld und so ne? Ja. Was machst du denn immer? Weißt du das? Klar. Ach, die ist das. Die Videodatei ist kaputt. Na dann, Baby, befreien wir dich mal. Sexy Baby. Wir tanzen auch für dich. Können wir jetzt gut. Wie seht ihr denn aus? Heiß. Alter, die ist aber gut drauf. Wie seht ihr denn? 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 Ja, denn die beiden nicht immer so gut drauf. Das ist der Präsidenten der USA. Sie sagen die Titel, wie es ein dummeres Wort. Das ist, wenn ein Psychopat von einem Psychopat. Huckisch-Rose! Habe ich auch. Was, ein Billardtisch? Ne, die Treppe da drunter. Ach so. Ach so. Was ist hier denn? Wer ist denn hier? Wer ist denn hier? Dein echte Schwimmig. Was? Ich auch unter meinem achten Schwimmigpool. Ach, acht mittlerweile. Ja. Aber man muss ja, ne? Hallo? Du bist ja helflich, ach du bist mein Möger als Schwimmig. Okay, dann. Was hat die Skale gespielt? Die beste Intelligenz-Show, der Koden namen Mr. X, vorbereitet einen vollen Assault gegen ihre eigene Nation. Ich habe mich beschäftigt, damit sie nicht zufrieden. Oh, das klingt ernst. Denn ich bin unsterblich. Boss! 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 Da lebe ich schon wieder. Ich gehe da massiv stehen, ne? Ich gehe da massiv stehen, ne? Ein Mann? Kein Problem. Jetzt warte mal die Scheiss-Tür auf. Jetzt muss ich erschießen. Komm, ich schieße mir beide Augen. So. Geht doch. Oh, es blind hat, ey. Guck mal, da ist einer drin. Oh! Hallo! Sieht der uns gar nicht? Ist der blind? Okay. Jetzt sind die ein bisschen blauer. Lasst uns erst mal die Karte wegschauen. Boss! 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 Hä? Hm? Na, das war's ja wohl du. Ich hab das Licht kaputt geschossen. Du rätst einfach vor ihm. Warte, da ist ein Gott in der Hand. Ein Mann? Kein Problem. Guck mal, die müssen wir das überhaupt schaffen. Lasst uns das nicht so auszuschalten. Ja? Wieso würde ich es schmerzen? Wir müssen Lichter ausschalten. Ja, bei den Typen. Ja, bei den Typen. Ne, erstmal die Lichter. Wir sind nicht Vampiren in dieser Welt, sind wir? Okay. Was der? Was der? Erinnert mich an... Jetzt. An Metal Gear Solid. Ja, aber das... Stimmt. Entweder das oder das Print hast, ey. Mit diesem... Ne, ne, des Geräusches von Metal Gear Solid auf jeden Fall. Boah! 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 Ca- Boah! Ich musste... Warum habe ich eigentlich das Licht nicht getroffen? Ich war voll drauf, ey. Geh weg von mir. Steck bei ihr dein Ding rein. Let's do this without drawing attention, yeah? Shoot those lights. Why would I waste two of all of these sneak peeks from this god? Careful, stay out of the light. Shit, we're not vampires in this world, are we? Dip, 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 dip. What the? Quickly! Nooo! Right, let's go. No, I don't know how late I'll be. I said I don't know. I'm going to go to walk in this planet over and over until something interesting happens. Well, I don't see you getting a job. More of that order of operation, huh? Of course, dear. Of course, dear. Warte, 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 warte. Nein, 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 nein! Was denn? Da ist ein Licht. Boss! 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 Da ist ein Licht. Warum hast du das nicht vorher gesagt? Da stand! Geh durch die Lüftung! Was stand da? Geh durch die Lüftung, Schacht! Ich hab die gerade geöffnet! Das stand bei mir nicht. Da war trotzdem ein Licht. Geh durch die Lüftung! Warum würde ich zwei Blöcke auf dem... Bleib einfach hier! Bleib einfach hier! Warte, bleib... Okay, deine Dinge sind ein bisschen anders. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Boss! Oh, Alter! Versuch Nummer eins! Warte, da ist ein Gott vor. Du bist schon so eine Schiene, ey. Kein Problem. Lass uns das ohne die Atenung, ja? Schrauben die Lüftung. Warum würde ich zwei Blöcke auf die Lüftung schließen, wenn ich... Ich kann vor Lachen gar nicht schließen! Kannst du aus der Lüftung kommen? Scheiße! Wir sind nicht Vampire in diesem Welt, sind wir? Okay, schnell! Okay, lass uns gehen. So, und jetzt bleibst du... Hier! Da ist ein Licht! Hier bleiben! Halt die Fresse! Mach das Ding auf! Ist doch auf... Du hast aufgemacht! Das ist mit den ganzen Händen auf! Ja, hier! Ist da aber... Achso! Hier! Vollidiot, ey! Du stirbst! Die selber 50.000 Mal übersehen! Wie? Alter! Ich hab den auch mal durch! Ja, musst du mal ein bisschen vorher Bescheid sagen, nicht wenn ich schon meine Klinge in seinem Hals habe! Ich hab nein, nein, nein! Ja, da hat der schon gedrückt, da war schon alles zu spät! Die größte Charakteristiken... ... und die Lichter... Well done! Once it's in view, shoot out the light! Dafür musste man jetzt hier in den Lüftungsschart, das hätte man aber auch von hier machen können! Nein! Oh! Ja! Du hast zwei Mäste und zwei Gäste! Oh! Ich bin hier zu schwer! Warum?! Du hättest den anderen erschießen müssen! Nein! Ich hab die Lichter erschossen! Du hast die Lichter erschossen? Die bösen Lichter! Warte! Da ist eine Gäste! Eine Gäste! Kein Problem! Zwei? Drei? Hm! Ich möchte das im Kanon! Ich war jetzt... ... volle Konzentration! Der Mann hat uns gesehen! Der Arme! Einfach mal in den Haufen geschossen! Wie oft der schon sterben musste! Ja! Ich habe gesagt, dass ich nicht weiß! Du musst doch auch echt unbengt kurz die ganzen Lampen immer wieder operieren, oder? Die haben fleißige Arbeiter! Ja! Ich sehe nicht, dass du einen Job bekommst! Soos! Juhus! Wie macht man die andere? Den anderen Move? Ja, mit C! Mit C! Mauerplatz! Du bist zu fett! Muss ich mal abnehmen! Ja, die Fresse! Ja, die einfach durch mich durch! Genau! Du sengst dann ja! Oh! Werde jetzt wieder abgerufen! Ja! Mann ey! Sein Helm hat ihn vor einem Headshot geschossen! Warte! Hier sind zwei Lichter und wir sind zwei Menschen! Siehe! Ich bin runter! Jae!